Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Findet Dulkon anzunehmen bei Hochkommandant Harford Hürnban in der Drachenöde an dieser Position bzw. in diesem Gebiet, der patrouilliert hier ein bisschen rum. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5, bin aber davon überzeugt, das Video hilft euch auch in VOTLK Classic. Wie ihr seht, kann ich hier die Mobs überfliegen. Ihr müsst euch halt hier durchkämpfen, wenn ihr hier am Level seid. Und hier ist der Dulkon. Quest ist abzugeben bei Dragonir Dulkon in der Drachenöde an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.